Ja, du hast schon oft von den Rauhnächten gehört, du interessierst dich für die Rauhnächte, weisst aber nicht so recht, wie du das alles anpacken sollst. Ja, dann bleib unbedingt dran, denn ich habe etwas ganz Tolles für dich. Die Rauhnächte sind die Zeit, in der sich die Tore zur Anderswelt öffnen. Bist du bereit, diese Magie in dein Leben zu lassen? Stell dir vor, du könntest deine tiefsten Wünsche manifestieren und das neue Jahr voller Magie und Selbstvertrauen beginnen und das Ganze nur in 30 Minuten. Hallo, ich bin Manuela, schamanische Beraterin und Expertin für die Rauhnächte. Willkommen in einer Welt voller Mystik und Magie. Tauche ein in die faszinierende Reise der Rauhnächte, eine Zeit tiefer spiritueller Bedeutung, die vom 25. Dezember bis 5. Januar stattfindet. Eine Zeit, in der sich das Tor zur Anderswelt öffnet und du die Gelegenheit hast, dich neu auszurichten. In meinem dreiteiligen Online-Kurs, der nur 30 Minuten dauert, lade ich dich ein, in die Magie der Rauhnächte auf ganz persönlicher Ebene zu erleben und transformative Erlebnisse zu entdecken. Es geht darum, das alte Jahr in Liebe loszulassen und das neue Jahr stark und voller Selbstvertrauen und in Fülle zu beginnen. Was erwartet dich eigentlich in meinem dreiteiligen Rauhnächte-Kurs? Ich erkläre es dir jetzt. Am 21. Dezember machen wir ein Ritual des Loslassens. Befreie dich von alten Energien, befreie dich von deinen Ängsten und öffne dich für das Neue. Ich zeige dir, wie man die 12 Rauhnächte-Kerzen programmiert und ich zeige dir die Knotenmagie. Und natürlich setzen wir klare Intentionen für das kommende Jahr. Ich erkläre dir die Bedeutung jeder einzelnen Rauhnacht und wie sie den Folgemonat widerspiegelt. Denn jede Rauhnacht steht für den kommenden Monat im neuen Jahr. Und natürlich wichtig ist, dass wir das Haus räuchern. Ich zeige dir die wichtigsten Räuchermischungen. Und natürlich ganz wichtig, wir schreiben 13 Wünsche auf. Jede Wünsche wird in einer Rauhnacht verbrannt und der Wunsch, der übrig bleibt, ja, an dem musst du selbst arbeiten. Ebenfalls zeige ich dir, wie man einen Jahreskreis erstellt und wir orakeln und wir gewinnen Einsichten und Inspiration für das kommende Jahr. Und natürlich ganz wichtig, was man machen darf in den Rauhnächten und was man auf keinen Fall machen darf. Das erkläre ich dir auch in meinem kurzen Online-Training. Die Tore zu den Rauhnächten starten nämlich jetzt. Bist du bereit? Dann sichere dir unbedingt noch meinen Kurs, damit du auf keinen Fall etwas verpasst. Erlebe die Zeit der Rauhnächte auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, die dich tief in der Seele berühren wird. Melde dich jetzt an und entdecke die Kraft der Rauhnächte, die auch dein Leben für immer zum Positiven verändern wird. Ich danke dir jetzt schon fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn wir uns wieder in der Community sehen. Bis bald. Ciao.